So sieht unser Killer aus. Ein Reifen. Ganz genau. Ihr habt ne Stunde Zeit, um ihn zu finden. Er kann noch nicht weit sein. Wenn es noch Fragen gibt, dann stellt sie jetzt. Was für ein Fabrikat? Wissen wir noch nicht. Wahrscheinlich gar keins. Abgefahrenes Profil? Ja. Ist der schwarz? Das war's. Musik